Aus, aus, Liga-Pierre! Ich finde uns alle sehr gut, wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben diese Saison. Das ist nicht selbstverständlich in meinen Augen, dass man da nach so einem Nackenschlag im letzten Sommer dann gerade nochmal angreifen kann und dann einfach nochmal das Gleiche erreicht. Dass man sich wieder für die Relegationsspiele qualifiziert und ja, jetzt haben wir eine Woche Zeit, uns topfit vorzubereiten, dass wir zu Hause gegen Meppen ein richtig gutes Resultat vorlegen. Ich denke schon, ja. Also wir hatten auf jeden Fall die Kontrolle im Spiel. Natürlich waren da ein, zwei Sachen, die wir noch analysieren müssen, wo die Abstände, die Räume nicht so ganz gepasst haben, wo dann Trier auch zu guten Gelegenheiten kam. Auch in der ersten Halbzeit, wenn ich da sehe, da kann er noch quer spielen, wenn er will, da kann er auch relativ frei dann zum Schuss kommen. Da hat es nicht ganz so gepasst und das werden wir jetzt noch ansprechen und Feinschliff quasi machen, dass wir dann nächsten Sonntag zu Hause gegen Meppen dann topfit sind. Dankeschön. Für mich jetzt das erste Mal, muss ich sagen. Ich habe es letztes Jahr nur verfolgt. Ich denke, gerade die Jungs, die das letztes Jahr erleben durften, die wissen, wie viel dahinter steckt. Das ist, denke ich mal, eine Riesenhausnummer, das geschafft zu haben, zweimal hintereinander. Jetzt bist du zwar kein Meister geworden, aber wenn du am Endeffekt hochkommst, ist das scheißegal. Letztes Jahr bist du Meister geworden, hast du nicht geschafft. Deswegen sind wir soweit zufrieden. Wir werden jetzt hart arbeiten diese Woche. Wir werden analysieren und wir werden dann mit breiter Brust in die Relegation spielen. Ja, reingekommen. Ich denke, ich konnte noch ein bisschen Schwung bringen. Wir gewinnen 1-0. Das steht unterm Strich und das ist das Wichtigste. Wir haben zu Null gespielt. Drei Punkte. Ich denke, damit können wir absolut leben und darauf werden wir aufbauen. Ich habe vor Tagen schon mal gesagt, da wurde ich auch darauf angesprochen, auf die Fans, da kann ich nur sagen, das ist Bundesliga. Deswegen wissen wir auch, was wir zu tun haben, nämlich in die Bundesliga kommen. Da gehören die Fans hin und kann man nur einen Hut vorziehen. Wahnsinn, Gänsehaut und ja, ich freue mich auf Sonntag und auf Mittwoch. Danke. Danke. Danke.